ja hallo ist alexei kuznir wieder von der firma line network und ich würde gerne mit euch jetzt die installation von windows admin center durchführen wie gesagt windows admin center ist ja vorher bekannt geworden durch den namen project honolulu und ja wie ist unbenannt und heißt es windows admin center dafür gibt es auch neues installations sag mal ja eine installationsdatei ich habe hier eine windows server 2016 installiert testweise möchte einfach darauf ist ein test server und darauf möchte ich erst dieses projekt honolulu halt installieren beziehungsweise windows admin center installieren so habe schon projekt honolulu eingeprägt ja ganz wichtig vorher ist so dass auf dem server ist ja der internet explorer starten mit quasi installiert der funktioniert leider nicht mit windows admin center das heißt wenn ihr windows admin center quasi über diesen server selber verwalten möchtet also lokal verwalten möchtet beziehungsweise alles administrieren möchtet dann bildet ihr quasi ein 1 1 1 3 posa wie zum beispiel microsoft edge posa er könnte installiert oder ich habe jetzt hier einfach ein chrome google chrome browser installiert der funktioniert auch ganz gut damit wenn natürlich quasi das ganze installiert und von einem einem klein der chrome installiert hat und dann auf diesen auf den server quasi zugreift das heißt jetzt das ganze im management über den klein macht dann ist die entsprechend dort die entsprechenden chrome oder microsoft edge das hat man meistens sowieso klein drauf und dann funktioniert das dann muss man auf dem server selber nichts anpassen aber das ist für den test jetzt und ich möchte halt einfach über den server direkt auf die obfläche auch zugreifen genau ab vorher chrome installiert und dann standard gesetzt und das sind zwei institutionen wir brauchen die beiden nicht ich habe es mal einfach ein beispiel war eingetan projekt technik preview das ist die vision 18 03 die habe ich also 22 dritten quasi untergeladen das war das aktuell das heißt ein paar tage her und jetzt windows admin center habe ich jetzt am 16 vierten runtergeladen heute und wie gesagt ist das gleiche eigentlich hat jetzt neue vision als 18 04 und hat nein den namen bekommen windows admin center ob das bleibt weiß ich jetzt nicht genau aber wahrscheinlich dann schon ja kommen wir dazu das ding zu installieren wenn man den doos rei guckt bei microsoft ist es witzig dann gibt's noch viele videos die halt auch gesteckt und verweisen auf die installation deswegen habe ich mal schön jetzt mal auch in den neuen installations quasi das ganze gemacht ja das ist ziemlich ja flow mäßig quasi einfach weitermachen da muss man jetzt nicht so viel beachten wie sagt vorher ist wichtig einfach mal die sachen zu kursieren beziehungsweise in chrome oder sowas auf dem server zu haben wenn ihr den lokal quasi dort auch aufrufen möchte ja das muss ja jeder für sich entscheiden ob das feedback weitergibt oder nicht das vision habe ich jetzt mal gesagt nehmen machen wir es weiter deshalb jetzt so dann quasi dann anwaltig genutzt beziehungsweise entfernt ja ihr habt ihr die möglichkeit quasi das ganze quasi zu konfigurieren ein teil also man muss den haken hat setzen wenn man das ist nicht manuell machen möchte dass man diese trance truss dass das windows admin center das selber machen kann das ist dafür da quasi wenn ihr einen neuen server hinzufügt dann musste er in der windows trusses host liste eingefügt werden und das macht der windows admin center selber für euch und ich möchte gerne einen beziehungsweise ganz gerne eine screenshot beziehungsweise einen verknüpfen hier auf dem desktop haben das kann man halt nur auswählen wenn man jetzt die die variante von windows server installiert hat und wenn man jetzt core version nimmt man kann auch windows admin center auf der core version installieren von windows dann geht es natürlich dort nicht ja aber hier möchte ich jetzt einfach verknüpfung dazu haben weiter ja hier wird der bord angegeben und dass das video admin center sein soll 4 4 3 ganze war ssl verbindung ich möchte es für die testvergebung ein selbst signiertes zertifikat generieren lassen das hat 60 tage lang gültig ist im unternehmen würdet ihr wahrscheinlich dann ein zertifikat verbinden was ihr hat ein unternehmenszifikat verwenden was hier benutzt so dass alle kleines dann unsere probleme auf den der große zugreifen können und die karte fehler zu bekommen ich mache jetzt einen selbst die karte und ja ganz erlauben das geht relativ dann schnell was auch interessant ist es wird dahinter und jetzt nicht nur in den web service oder sowas in der art zeit wirklich ein bäde das heißt ja ich bin alles mit was es halt braucht in einer in einer kapsel und die dieheit auf dem server hier ja das war schon ein spiel der installation ihr habt die verknüpft bekommen klickt einfach mal drauf ich habe so gefilmt dass da quasi der kom automatisch geht ja da sieht man so schön ja das ist zertifikat quasi ja kennt er nicht er ist selbst signiert als ganze und daneben würde ich dir das ganze quasi in ein eigenes wie card verwenden und dort diese fehler auch nicht bekommen ja erweitert ich lasse es mal hier drauf sagt öffne mir das ganze ja und somit habt ihr jetzt quasi ein dünnes atem center installiert in als gateway modus dass wir das ende könnte natürlich auch auf windows 10 installieren das ist dann ein stand-alone einfach nur läuft auf klein und von dem kleid aus könnt ihr quasi die server einfügen die verwaltet möchte und das ist jetzt ein geldweg system ist dafür gedacht das hat mehrere ja auch die fachleute im unternehmen auf diesen geht besser drauf zugreifen kann per pro browser um hat die server im unternehmen zu verwalten die windows server wohlgemerkt ja hier einfach durchlesen oder einfach nur springen und dann könnt ihr schon mit dem verwalten loslegen wenn sie sehr interessante lösung ich hoffe die installation ist es gab eine günstige also durchgeklickt sage ich mal dass euch nicht wundert dass dein großes hexwerk dahinter steckt tut es nämlich nicht installieren und testen spaß haben genießen und gerne feedback geben unten kommentare reinschreiben ich mache den haken dass ihr die kommentare im blog reinschreiben könnt ja wirklich ansonsten würde ich mich sehr gerne über einen like freuen beziehungsweise eine weitere empfehlung betriebs ja bis dahin bis zum nächsten mal mit neuen future ist ein neues thema in richtung microsoft das war ein exekus mehr für die firma light work und das war installation zum windows atem center bis dann tschüss